Franken ist für seinen guten Wein bekannt. In dem neuen Ranking des Feinschmecker-Weinguides konnten einige fränkische Weinproduzenten überzeugen. Das Gourmet-Magazin kürt jedes Jahr die 555 besten Weingüter Deutschlands. Der Guide liefert die besten Weine aus insgesamt 13 Anbauregionen. Das Weingut Rudolf Fürst in Bürgstadt ist mit vollen fünf Punkten unter den besten deutschen Weinproduzenten. Das Weingut ist die Nummer 1 in Franken. Doch auch weitere Weingüter aus Franken konnten überzeugen, sieben davon haben eine mindestens sehr gute Weinqualität. Weingut Horst Sauer in Volkach – 4,5 Punkte Weingut Paul Wäldner aus Rödelsee – 4,5 Punkte Weingut Amstein in Würzburg – 4,5 Punkte Weingut Bickelstumpf aus Frickenhausen am Main – 4 Punkte Weingut Hans Wirsching in Iphofen – 4 Punkte Weingut Schmitzkinder in Randersacker – 4 Punkte Sekthaus Burkhardt Schür in Bürgstadt – 4 Punkte Weingut Bickelstumpf aus Frickhausen am Main – 4 Punkte Weingut Bickelstumpf aus Frickhausen am Main – 4 Punkte